Musik Cholesterinwerte ohne Tabletten senken Wenn dein Arzt bei dir zu hohe Werte des schlechten Cholesterin im Blut festgestellt hat, wird er dir wahrscheinlich Medikamente verschreiben. Solltest du auch nehmen, bis sich die Werte gesenkt haben. Langfristig solltest du diese guten Blutwerte ohne Tabletten halten können. Wir erklären dir, was du tun musst, um in Zukunft auf Tabletten verzichten zu können und deinen Cholesterinspiegel niedrig zu halten. Woher kommen hohe Cholesterinwerte? Wenn dein Arzt zu hohe Cholesterinwerte bei dir festgestellt hat, dann bist du nicht wirklich krank, sondern falsch ernährt. Du hast dir mit deinem eigenen Essverhalten eine typische Zivilisationskrankheit selbst verursacht. Und so, wie du selbst dafür gesorgt hast, dass die Werte zu hoch sind, kannst du auch selbst dafür sorgen, dass sich die Werte normalisieren. Du musst dazu nur dein Essverhalten und ein wenig deinen Alltag ändern. Natürlich ist es einfacher, Tabletten zu schlucken und weiterzumachen wie bisher. Doch willst du das wirklich? Wenn nicht, dann lies hier, wie du wieder ohne Tabletten gesunde Blutwerte behältst. Mehr Bewegung Wer sich im Alltag mehr bewegt, verbraucht mehr Fett und Kalorien und stärkt seine Muskelmasse. Je weniger Fett im Körper gespeichert wird, desto geringer auch die Cholesterinwerte. Es geht nicht um Leistungssport, sondern um etwas mehr Bewegung im Alltag, Treppe statt Aufzug, Fahrrad statt Auto, eine Station zu früh aus dem Bus aussteigen, der Spaziergang in der Mittagspause. So kleine Dinge können schon viel bewirken. Mehr Ballaststoffe Ballaststoffe sind sehr effektiv gegen hohe Cholesterinwerte. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass wenn auf eine cholesterinreiche Mahlzeit eine ballaststoffreiche Mahlzeit folgte, der Anstieg von Cholesterin im Blut deutlich niedriger ausfiel. Die Ballaststoffe wirken im Darm wie eine Art Putzkolonne, sie reinigen die von der vorangegangenen Mahlzeit noch an den Darmzoten hängenden Cholesterine, bevor sie ins Blut gelangen und befördern sie Richtung Toilettenschüssel. Konkret heißt das, je mehr Ballaststoffe du isst, desto weniger Cholesterin gelangt überhaupt in dein Blut. Ballaststoffe stecken in Vollkornprodukten, Obst und Gemüse. Tierische Fette meiden eine Binsenweisheit, klar. Aber tierische Fette aus Wurst und Fleischwaren, sowie aus Käse und Fertigprodukten wie Pizza, Lasagne und Co. treiben den Cholesterinspiegel in astronomische Höhen. Du musst nicht ganz auf Fleisch und Wurst verzichten, aber es hilft schon viel, wenn du darauf achtest, die fettärmeren Varianten zu bevorzugen. Du wirst sehen, fettreduzierte Wurst schmeckt genauso gut und ein magerer Schinken hat ein tolles Aroma. Es muss ja auch nicht das fettige Schweinenackensteak oder der Speck sein, wie wär's mit Kasseler und Kochschinken. Fleisch geht auch lecker mit weniger Fett. Auch Milchprodukte gibt es in fettärmen Varianten. Auch wenn du zuerst denkst, es schmeckt nicht, unsere Geschmacksnerven sind Gewohnheitstiere. Bei konstantem Reiz etwa 7x erkennen sie eine neue Geschmacksrichtung als normal an. Die alte Essgewohnheit schmeckt anders. Gut zu wissen auch für alle, die z.b. salzarm essen sollen. Gesunde Fette bevorzugen Ersetze beim Braten die Butter durch hochwertiges Pflanzenöl. Doch Achtung, Butter bräunt, wenn sie zu heiß wird, Öle fangen an, zu rauchen. Achte beim Kauf deines Brathöls darauf, dass es auch zum Braten geeignet ist. Kalt gepresste Öle sind das grundsätzlich nie. Ersetze tierische Fette so oft wie möglich durch pflanzliche Öle. Brate in Bratöl statt Schmalz und Butter und ersetze das Stück Butter am Gemüse durch leckeres Pflanzenöl. Je hochwertiger das Öl am Gemüse oder Salat, desto besser. Gute Öle für Salat und Gemüse sind das heimische Rapsöl, Distillöl oder Leinöl. Sie haben das beste Fettsäurenverhältnis. Olivenöl ist nicht schlecht, aber es geht mit anderen Ölen noch besser. Achtung, Palmöl und Kokosöl sind ungesund und treiben den Cholesterinspiegel in die Höhe. Mehr Obst und Gemüse Ein simpler Trick, eine Handvoll getrockneter Apfelringe pro Tag hat in einer amerikanischen Studie den Cholesterinspiegel der Studienteilnehmer innerhalb von 6 Monaten um 23% gesenkt. Das in den Äpfeln enthaltene Apfelpektin soll der Grund dafür sein. Ersetzt du die trockenen Äpfel durch frische Äpfel, gibst du dir damit auch noch einen zusätzlichen Vitamin-Kick und erhöhst deine Ballaststoffzufuhr. Und die gesunden Ballaststoffe sind auch reichlich in Gemüse vorhanden. Je mehr Obst und Gemüse, desto besser. Mehr Nüsse und Ölsaaten Woraus werden die guten Öle gepresst? Richtig, aus Nüssen und Ölsaaten. Schon knappe 70 Gramm Nüsse pro Tag senken den Cholesterinspiegel im Blut um bis zu 7%. Das liegt an den vielen ungesättigten Fettsäuren, die in Nüssen und Ölsaaten enthalten sind. Ein Müsli, Stichwort Ballaststoffe, mit einem Apfel darin, siehe oben und ein paar Nüssen dazu mit fettarmer Milch ist schon am Morgen ein Superstart in den Tag, und ein ausgezeichnetes Frühstück, um den Cholesterinspiegel zu senken.